Und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von ARK, meine Freunde. Ja, der ganze Haufen ist wieder beisammen und, ja, ich würde mal sagen, weiter geht's, ne? Juhu. Hallöschön. Tag. Hallo. Moin. Na? Oh, heiliger Admin, öffn uns deine Pforte zu den gepriesenen Landen. Hm, welche denn? Mach die Tür auf. Naja. Alle drei zusammen. Ich krieg Platz an. Ihr habt natürlich richtig gehandelt, ihr habt alle Todes gekillt, deswegen bekommt ihr, ja, eine kleine Belohnung. Ja, wenn ich hier drin oder du schweißt, es ist kein Alpharex hier rein. Wirklich. Zwei. Nächstes Mal. Noxie, geh. Ach, oh, ja. Ehrlich, hier liegt doch ein Tod an Dodo. Wir werden schon vorwegst. Der liegt noch, hier ist noch lebendiger. Schön. Oh. Ja, ich erst was Sparta. Oh, hallo, ich möchte. Und ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Gegen die Wand. Ey, ist das euer Scheißernst, Leute? Oh, Alter. So, jetzt bin ich auch mal oben. In die. What? Äh, was? Candy Club. Für das Finale, für den finalen Kampf. Äh, dürft ihr euch was painen zur Unterstützung? Ach, geht das schon wieder? Das, was wir sonst müde, das krank. Wie die Affen springen sich rum und dann dieses Scheiß ins Co. Was ist denn Ryot? Ich lasse euch den Vortritt. Hey, ich will, ich will doch nur hier weg. Was ist denn, was ist denn diese Ryot-Rüstung? Was ist denn das? Alter, wie sieht denn die Zuckerstange aus? Hallo? Scheiße, hat jemanden eingewichst oder was? Hallo, gibt mir mal jemand eine Antwort? Ja, hallo. Diese Ryot-Rüstung, was ist denn das? Ist die besser? Ja. Ja, super, das ist auch schon weg. Okay. Alter, guck dir doch mal die Zuckerstange an, die tropft ja noch. Was? Ich glaube, die ist eingeschweißt. Das sieht dich aus wie eingeschweißt, mein Freund. Das sieht dich aus wie eingeschweißt. Die war wohl drin. Hey. Hey, Onkel. Ja? Willst du meine Zuckerstange auspacken? Gerne. Die Stange hatte Umschulung von Dildo auf Zuckerstange. Oh ja. Sie wurden nur umlackiert. So, Kinders, wie schaut's aus? Können wir weitermachen? Schlabber hängen noch dran. Was ist jetzt alle noch Zuckerstange? Ja, ich hab eine Zuckerstange. Voll süß. Naja, weil... So, also, kannst du jetzt weitergehen? Ja. Ich denke mal, ja. Es wär gut, wenn wir die bewusst so schlagen und dann tame, anstatt sie einfach umzuballern. Ernsthaft, geil, die Meme? Oh, das ist geil. Hallo, darf dich mal... Hallo? Das müssen aber zwei Stück sein, ne? Wir sind sechs. Kinders, hat eigentlich einer Bären oder Fleisch? Alter. Äh, da hab ich... Der zweite ist weg. Ja, wir haben gerade noch euch die vorgelesen. Es wär besser, wenn wir sie tamen. Ja, du hast doch drauf rumgekloppt. Äh, äh... Du hast doch drauf rumgekloppt. Jetzt mal ganz ehrlich. Hat das Tame eigentlich schon in irgendeiner Zuckerstange... Ja, ich hab doch auch in der Zuckerstange draufgekloppt. Funktioniert. Ja, aber hier... Irgendwer hat doch Trankdarts. Lass den erstmal draufschießen und dann, äh, äh... Ich hab überlegt, ob wir... Wir haben doch überhaupt keine Bären... Jetzt ist er tot, mein Gott. Ist doch jetzt nicht so schlimm. Weiter geht's, los. Weiter geht's. Scheiß drauf. Kippel und Narkotik. Äh... Okay, ihr bekommt noch eine kleine Chance. Die haben wir nicht verdient. So, dann machen wir das nur mit Fäusten. Ja, aber hier steht da extra... Also Zuckerstange ist da gut. Das ist noch einer. Bessens geeignet, Ziele bewusstlos zu schlagen. Ja, das heißt nicht, dass ihr die benutzen müsst. Nicht die Sichel. Zwei. Ich schlag dich bitte das Sichel bewusstlos. Komm her, lutsch um meine Zuckerstange. Ja, wenn aber so viele drauf rumschwadden, bringst du auch nix. Euch ist bewusst, dass es nur was bringt, wenn man auf den Kopf schlägt. Nein, also. Ja, wie soll ich die denn auf den Kopf schlagen, Alter? Guck doch mal. Ja, stimmt auch wieder. Hat da nicht irgendjemand Trankdarts? Stimmt. Warte mal, vielleicht einfach von... Ja, ich nicht mehr. Ich hab, ähm, Pfeile. Das lass mal den mit der Flinte. Ja, mit den Trankdarts. Alle anderen gehen jetzt, komm jetzt mal zu mir. Zau, willst du mich jetzt verarschen? Geh weg. Jeder, der jetzt nix, also nix von Trankdarts oder Arrows hat, kommt zu mir. Und jetzt lassen wir auch erst mal den mit den Trankdarts schießen. Richtig. Weil die Arrows machen die Schaden. Dass das ganze Mal geschnitten abläuft. Wie verschiebe ich die eigentlich? Was? Einfach auf die Waffe ziehen. Genau. Ey, Samar, was ist denn los mit dir? Fiss es mal, du bist anhänglich. Er hat jetzt die Betäubungsmunition. Ich, aber ich kriege... Die liegt wahrscheinlich in irgendeiner Kiste vorher. Ne, ich hab die doch, aber wie krieg ich die auf die Waffe gezogen? Einfach so draufziehen. Hast du ne Flinte? Ja, wahrscheinlich hat er... Munition, aber keine Flinte bezogen. Jetzt hab ich's. So, welchen wollt ihr? Nicht die Armbrust, nicht die Armbrust. Ne, 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 ne. Soll ich damit tusten schon, ne, 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 haben wir auch ein wie lange hat die Bestandte dafür vorgesehen 3 bis 4 ok aber nur nur fest ein als die Schlussfolgerung so muss ich schon sagen glaube ich die Leute können wir entscheiden wie reinkommen das ist total geil aus er kann man die Klinik abgüriert und ich habe mich wirklich ich habe noch eine betäubungsgranate die wirkt nur bei menschen soll ich mal auf der oder mitwerfen wir zweifeln dass du so kommt aber gut so ein schuss habe ich noch da hat schon schräglage so das war's mehr habe ich nicht jetzt sind die mit den ich probier es mal als erstes ok ok habe jetzt schon die gesamte betäubungs munition verballert ich frag mich wohin die verballert wurde dafür die ja fünf auf das hier ich meine auch die normalen pfeile habe ich auch noch aber nur für die armos ja ihr habt ja doch auch noch die tun wir jetzt machen aber ich durfte ja nicht schießen er durfte ja damit nicht so effektiv sind und dann versuch du den anderen also den da jetzt mal braunen bezweifelt dass der das überlebt meiner liebe meine zuneigung da gibt eine liebe ja auch gemacht ja andere möglichkeit haben wir doch gar nicht wir können höchstens schlafen können wir ja ein schlaflied kommen wir singen schlaflied 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 der den kopf dauernd durch die wand steckt mein gott ich stecke das wieder ja das funktioniert ich glaube ich glaube die längste zeit die wir jetzt hier in den in der gesamten session sind ich sie diesen kleinen wir können doch einfach mal zurücklaufen uns diese pfeile noch holen oder dann kommt man nicht mehr zurück jetzt wird gespürt aber ich habe gerade vom ab in der jemals trainiert dazu bekommen die macht wie bitte abwürdigst du weißt du nero weiß die ganze zeit darum kommen sie einmal abwürdigst du auch mal zeitlimit rein genau abwürdigst du auch macht das jetzt bestimmt ich werde für den schießt abwürdigstreckter zu den lieben nero ab ich probiere es mal mit der gastgranate Wotow kann was er hat was wo ist der nero hat jemand den nero zu sehen nein ich sehe schon mal sicherheit ich höre schon mal sicherheit ich höre schon mal sicherheit oh alter oh warum oh der kopf ist jetzt da man kann auch kopf ziehen hä? das war ein guter versuch wüsste der veräustet der wüsste der hab ich noch einer? weiter nicht jetzt ist er wieder raus ja das ist gerade mal so ein bisschen ähm bisschen mau glaub der verreckt der verregnete ist der Blutton macht die überhaupt noch was? ich hab keine Ahnung ich hab mir mein äh gar nicht so gut aber die brauchen wir nicht unbedingt äh der feldlich nicht unbedingt ist ja nur ein Bonus ja und den holen wir uns ich fütter den gleicher aber dann schießt doch mal ich hab kippel wie gesagt ja die schießen doch die ganze Zeit wer das dauert halt mit dem Schießen bisschen ähm Herr Handel, hast du einen Captain da? Captain Morgen nee aber ich hole mir gleich ein neues Bier gleichwerbung Jo ich bin dabei ich höre mit Corona diese Sendung wurde präsentiert von einer äh wie die alkoholischen Flüssigkeit Schleichwerbung nein das heißt auch Produkte und Produktplatzierung Produktplatzierung genau tracht mich doch ich bin euch YouTuber haha haha Prozent Wattel ist doch ein paar Jahr gern geschehen Töte du bist du Töte? da ist auch Töte den Dünner wo? ne he he da ist meine Freundin mehr die nach Cosplay Cosplay? ich ess lieber Currywurst weil da ist weniger Fleisch drin was? was? juhuuu ja wie lange braucht der noch? der liegt doch schon lang du Neuser ja aber der ist immer noch nicht fertig was? ich brauch Action die Leute wolle was sehen und nicht einen blutenden langen naja naja was? wer noch Narkotik hat Stoffzwein wieso wackelt denn hier alles? ich warte ich hier so lange das ist wegen den großen Kreaturen in der Nachbarschaften oh mein Gott das liegt's? ja bravo oh Nero ist vom Kacken wieder gekommen vom Corona holen ok ja so wird man das bei der alten Suftkappe auch Onkel komm schon alten Suftkappe ich sitz hier da mit meinem Hustensaft und backen Taschentücher ich bin die selben sich die Kante ey der muss noch einmal ich will nicht sagen alles an durch der Onkel ich will nicht sagen aber von Hustensaft kann auch High werden ich hab mir nicht mal Hustensaft äh 74 das muss gerade beigetragen ich will nur Abo empfehlen alles gute Steffsche so dann alle mal Prost und lass es euch schmecken Onkel dir der Hustensaft ne? ein hoch auf unser Nero du ich bin gleich wieder da Nero guckst du auch mal in dein Whatsapp? ja bis gleich jawoll ein hoch auf unser Nero du Nero du Nero du ein hoch auf unser Nero du Nero du ein hoch Nero du hat ein hoch? was? oder wie bei game of thrones äh game of thrones Nero den Nero 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 Nero. Nero 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 Du Och Kinder seid doch mal ein bißchen lustig heute wer singt denn hier schon wieder das Wiener Lied nein das war Nero 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 Kennt keiner. Du hast gezählt, ein Galimilus. Ich war ja noch ein bisschen lauter und ich komm zu dir und hau dir irgendwas ins Maul. Ganz ruhig, junger Mann, ganz ruhig. Du, Chef. Ja? Meine Sackhaare sind wahrscheinlich älter. Hol Würstchen raus, oder was? Keiner steht auf so kleine Würstchen. Komm, Würstchen, komm mal her. Na komm, komm. Cocktail, Cocktailwürstchen, Cocktailwürstchen, Cocktailwürstchen. Wir können zurück, Leute, wir können zurück. Achso, ja. Ich dachte, wir gehen da durchs Tor. Das Viech wird vom Admin nachgeliefert, hoffe ich mal. Woher weißt du eigentlich, wo es lang geht? Was soll's für ein Scheiß? Er hat's getraut. Wie ich eingangs erwähnte. Herrgott, du, oh Scheiß, du müsstest über Manageleck geblitzt werden. Ja, was ist denn jetzt mit dem Viech? Ja, sie mögen mich. Oh, das ist so hässlich. Nimm mich hart. Bleib du hier. Nimm mich. Eher so weg, weg, Nero. Na ja, wie auch immer. So, ihr Lieben, es geht weiter. Ja, mach mal hin. Oh, ich meine, ich hab hier. Frust. Nach einem Kotzen. Lass die schlagen. Gehen, Moment. Geiserig. Ja. Oh, das Attacke. Das ist Sparta. Na, schrei doch bitte mal. Alter, was ist denn los mit dir, verdammte Scheiße? Weißt du, 5 Euro Mikro und dann noch umschreien. Das ist ein Töten-Bombo. Sag das denn, der Filch. Ja, ich hör's doch. Seit wann sind die Tiere so doof geworden? Ja, ich hab keine Ahnung. Wo geht's ja eigentlich hin? Seitdem Nero sich drum gekümmert hat. Ahaha. Scheiße. So, ihr Lieben. Jetzt öffnen sich die nächsten paar Türen. Bitte alle Mann direkt rausrennen. Ja. Ja. Okay? Gut. Ja. Wo sind wir denn? Ach da. Ich renne schon. Feuer frei. Alle Mann rein. Alle Mann rein. Alle Mann rein. Oh Gott. Lasst mich doch durch. Nero, mach dich fort. Auf, Johnny, auf. Ich wollte die Tür wieder zumachen. Tweeter, tweeter. Da, zwei, drei. Und die Gewitter wollte. Was tut denn alles Ding? Ernst Wow. Kinders. Ja, der ist schon so. Ja, der ist schon so. Ja, der ist schon so. Tradesaut. Und nun, 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 letztes Mal irgendwie... Level 100? Nein, wir haben das selber Level. Hat ja. ich möchte stärkeres gefäß das ist scheiße da fehlt die challenge das problem ist ja ja das war schon immer kacke das ist euer glück dass sie festpacken nicht dass sie nicht vor der tür ist in engstattung der urmacht der nächste raum ist offen und der onkel ist bald besoffen was erfolgt ich sehe schon das nächste wer chillet das schon wieder niemand ich komme hier nicht rein und dann warten dass du unterfällst ich bin festgebracht hat doch jemand eine granate dankeschön ich habe die zucker stecken ich sehe es nämlich nicht eine kiste 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 doch kinders bitte nicht auf die luken stellen ganz wichtig granate ist ganz schlecht kinders und ja sobald die luken offen sind ja direkt reinhüpfen und ich kann nur als tipp geben nicht sofort los schießen oder sowas bitte noch mal vielleicht wird er jetzt was anderes dort war es schießt und scheiße Donnie die 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 kann nämlich zurück und die 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 ja klar kannst du den zuschauer hier gerade mal sagen von mir was sie der kurs und erleben ich glaube das sehen sie auf einem schirm wir sind in einem leichten kombiniert mich meine schuhe sind kaputt meine schwarze meine handschuhe es reicht ich glaube es wird gleich die erste sterbe ok was was soll das aber aber meine handschuhe das verzeihe ich nicht alter ich lebe noch es kann auch scheiße ist noch einer es kann nur eingeben der versorgungston das auf gut gut nächstes mal doppelt zu viel was das das war doch der nero wieder mit rein da war doch platt er hat mich doch am arsch meine schuhe sind kaputt kann ich die wegschmeißen wenn die kaputt sind der onkel auch den weg zurück ja ja wir haben die versorgungsgänge aufgemacht einfach den offenen kürn folgen da habt ihr meine sachen irgendwie dann brauchst du für die jahre liegen mein kram er ist ja nicht alter was ist nirgendwo ich nicht schnappen er oder ein altes abzitter alles an oben er war so wir haben uns gelangen umgekehrter was so richtig hinterher Ja, das habe ich durch das Blatt nicht gesagt. Ja, ist doch richtig. Ich werfe deine hier in die Ecke, ne? Ich finde ja. Alter, ich brauche jetzt mal ein neues Schwert. Mein Alter, es ist ein bisschen kaputt. So, dann. Dann, 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 dann. Okay, besten Tag. Nicht dafür. Onkel, wie schaut es aus? Ja, zurück. Andere Richtung? Ach so, zurück. Was, äh, administrative Kämpfe. What? Habt ihr schon so viel langweilig? Ich versuche, hab gerade versucht. Aber ich sag mal so, die administrative Kämpfe werden sich auf alle Fälle die nächsten, die nächsten Folge noch fortsetzen. Nicht? Onkel, dort ein guck. So. Danke, Onkel. Danke, Onkel, jetzt wieder da ist, äh, ein kleiner Bonus-Loot für euch, weil ihr die so fleißig gekillt habt. Aber den gibt es jetzt in der nächsten Folge. Oh. Ja, dafür ist das alles. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, sieh. Ciao. Ciao. Tschüss. Bye-bye. 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 Bye-bye.